herzlich willkommen zu meinem neuesten unboxing video leider mit einer verspätung weil es noch nicht so schön ausgepackt habe weil es die tage mir richtig schlecht ging heute ich weiß jetzt welcher tag ist heute keine ahnung mehr habe ich mir gedacht es gibt mir jetzt leicht besser und dann drehe ich jetzt dieses unboxing video und ja es geht natürlich um das king kong steelbook bei uns in deutschland exklusiv von amazon natürlich gab es auch ein zavi stil aber ich habe es jetzt von amazon dann hört euch einfach mal ganz schnell aus es gibt ja eh schon mehrere videos davon deswegen hatte ich eigentlich schon auf blu-ray aber ich wollte immer ein stil bekommen weil ich das dvd-stil auch ab und destino geführt mit seinem besten und da habe ich mir jetzt nochmal nachgeholt und die andere blu-ray wird einfach dann verkauft so nochmal den pappenschlag weg zeigen wir euch erst mal die infos jetzt scharf gestellt ja die infos denn hier ist das bonus material dann haben wir hier king kong im vordergrund des die book ist eben ja ich finde hochglanz gehalten sieht auch richtig schön aus wenn ich sehr schönes stil dann von der seite und von hinten auch ein schönes motiv die finger abdrücke gehen schnell drauf und vielleicht nochmal nachher polieren damit die weg sind dann schauen wir in rein hier haben wir die ganz normale blu-ray wie immer gehabt so außer wie bei jeder edition und dann ein schönes in motiv das gefällt mir richtig gut ja das war es dann auch schon wieder von diesem ich verabschiede mich und ich hoffe es hat euch gefallen und ja bis zum nächsten mal bei